Radio Pilatus, Hit 600 Kunt, live bei uns im Studio und ich habe es euch versprochen, mit Live Musik. Bist du schon schön am Einstimmen hier? Genau, genau. Das klingt sehr schön. Was hörst du eigentlich selber gerne, wenn du nicht gerade selber an Musik machen bist? Also ich bin mit Hard Rock aufgewachsen, mit Ace, Disse und Guns & Roses und einfach mein absoluter King ist der Michael Jackson natürlich. Die ersten Tanzversuche sind nicht gelungen, aber ich habe es probiert. Und jetzt, ich höre sehr gerne Sachen, die handgemacht sind, die ich sehr gerne folge. Am Anfang Sons, Mighty Oaks. Für das musst du jetzt nicht unbedingt den Moonwalk von Michael Jackson können. Aber er würde sich manchmal, also manchmal wäre es cool, wenn man ihn können. Das stimmt. Du hast Edis mitgebracht, das ist der Mann, der die schwierigen Instrumente spielt, ist das so? Genau. Warum, welche kannst du denn nicht? Wie? Welche kannst du nicht? Ich habe Mandoline und er ist einfach gitarrenmässig hart, einfach auf einem solchen Niveau, den ich nie wieder erreiche, oder? Weil er schon als Jugendlicher mit längeren Haaren schon die Metal-Sachen gespielt hat, schnell ist und einfach das Feeling hat für eine Gitarre wie kein anderer. Also, dann lassen wir euch das machen lassen. Der Mandoline spielt er jetzt also. Du hast ja die schöne Gitarre natürlich dabei. Und was hören wir? Wir hören, was aus dir geworden ist. Leget los. Drei, vier. Lüte Musik und brennt die Mandeln Und ich bin wieder mal da. Lüte Musik und brennt die Mandeln Weisst du noch, wo wir da waren? Und manchmal frage ich mich, wie's dir da geht, wo du jetzt im Leben stehst. Wo hätte ich deine Reise gebraucht? Und wieso bist du nicht da? Und manchmal frage ich mich, wo du jetzt bist. Ob ich noch nicht weiß, wenn du deine Hand dort gibst. Und manchmal frage ich mich, was aus dir geworden ist. Lüte Musik und brennt die Mandeln Neben dem Schulhaus, die Strasse durchauf Stehe ich wie der Mann vor dem Haus und klopfe nach. Doch du bist nicht da. Es wohnt jetzt jemand an der Städte. Sie ähget dich, hast du lange gesehen. Und das alte Garten durch Geiert immer noch Es ist noch alles genau so wie denn Ich bin noch da, nur du bist es nicht mehr Und manchmal frage ich mich, wie's dir da geht, wo du jetzt im Leben stehst. Und ich hätte dich deine Reise gebraucht. Und wieso bist du nicht da? Und manchmal frage ich mich, wie's das so kommen? Der reint, der bleibt, der unten geht. Und ich denke, da wer bericht. Wenn nur die Erinnerung übrig ist. Und manchmal frage ich mich, was aus dir geworden ist. Wunderschön. Radio hat man es früher gemacht, ganz am Anfang, als es angefangen hat. Da hast du noch ein Orchester ins Studio stellen. Weil du alles live gespielt hast. Wow. Fahrt schon noch ein. Kuhnz, herzlichen Dank für euren Auftritt, darf man so sagen, hier in den Hit 600 im Radio Pilatus Studio. Danke. Radio Pilatus Kuhnz, herzlichen Dank für euren Humming. Untertitelung des ZDF, 2020